Hallo, hallo, hallo zu einem neuen Sportvlog. Heute hier in Wiesbaden bei Körperform. Dennis ist da, das ist der Kollege vom Rosario Battaglia und die Tanja ist da. Und wir machen heute Elektromuskulat... Stimulisationstraining. Wie heißt das nochmal? Elektromuskulstimulisationstraining. Elektromuskulstimulisationstraining. Voll das schwierige Wort. EMS kurz gesagt. Und da könnt ihr gleich sehen nach dem Intro, wie wir uns hier quälen. Bis gleich. Outro Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 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 Das war das EMS-Training. 20 Minuten lang. Das war schon richtig geil, aber anstrengend. Empfehlenswert ohne Ende. 20 Minuten lang volle Power. Muss man ausprobieren. Ehrlich, kommt nach Wiesbaden zum EMS-Training. Wir sehen uns. Cheerio mit Sophie. Bis zum nächsten Sportvlog. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018